Hallo und willkommen zurück bei Wasteland 3. So, ähm, genau. Ich habe es wieder eine Weile nicht gespielt. Wir haben ein bisschen mit dem Ray gehen. Uh. Oh. Nee. Oh. Okay. Uh. Uh. What? Hä? Das, das ist doch dein Sohn. Ach du Scheiße, geht das jetzt gleich los oder was? Oh oh. Oh oh. Pfff. Was ist das? Das sind die Deserterrangers. Sie arbeiten für meinen Vater. Hm, okay. Wer hat es erkannt? Oh oh. Oh oh. Geht her, Valor. Gott, Präsident Reagan hat alles unter Kontrolle. Well now, welcome Patriots. N-N-Nancy und ich, well. We appreciate your selfless service. And want to thank you for it. You are true Americans. And we'll gu-gu-gu-gu-gu good neighbors. Ach du Scheiße. Jetzt hat es aus dem Ronald Reagan im Max Headroom verschnitt gemacht. Oh mein Gott. Now then. Help yourself to some shalibings. And let's get down to business, shall we? As you, as you, no, 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 no. Okay. You and I have a run 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 ever with destiny. We'll preserve for our children this. the last best hope of man-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah. What the fuck? If it takes a blood 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 ethroom, let's get it over with. Well, what do you say? Uh, Blutbad eh eher net. Äh. Was? Diplomacy, of course, is a subtle and nuanced craft. How do you tell a K-K-Kommunist? Well, it's someone who reads Marx and Lenin. And how do you tell an anti-K-Kommunist? It's someone who understands Marx and Lenin. Okay, wie können sie auch in Arsch sind? Äh. Ähm, asking only for purposes of our education, ma'am and sir. We don't mean to upset anyone. I'll be happy to explain, Rangers. Kommunizm is a foul philosophy that tricks people into giving up their individuality and submitting to the will of the state, which commands them to work for free and relentlessly attack those who don't subscribe to their ideology. It is an evil beyond reckoning. Und will durch die Stämme hier unterwerfen. Äh. Oh, Arschgrächer können wir machen. Ich denke, dass die meisten Menschen in diesem Land sagen würden, ja, sie sind besser aus, als sie vier Jahre vorhin waren. Warum sollten wir das nicht glauben? Wir sind Amerikaner. Okay, jetzt ist er abgestürzt. That's enough, Ronnie. You did very well. But it's bedtime for Bonzo now, okay? Okay, ma-ma-mami. Well, I'm sleepy. Oh, mein Gott. I know you are, darling. Night, night. Thank you for joining the God-President and I in the sacred server room, Rangers. Before we discuss why you're here, I have a proposition for you. A favor that would make us look more favorably on your requests. Ähm. Ne, das ist wohl eher schlecht. Dann geht's hier direkt los. Das wolle man nicht. Ähm, make everyone's more cooperative. Mein husband, der God-President, will er, seine Bewusstsein zu einem menschlichen Körper beitragen. Um das zu erreichen, müssen wir eine... Was war es, Valor? Ein cybernettische Transfersatzmodul. Es ist unglaublich. Basisch, was es macht, ist... Das ist genug für jetzt, Valor. Aber ja, wir müssen dieses Transfersatzmodul von den schlussischen Kommunist-Robotern, die den Denver-Aerport-Aerport-Aerbaut haben. Oh, das hört sich ja schon mal gut an, oder? Ähm. Ein paar Infos wären in der Ticht. Sehr gut, aber ich bemerke mich, ich habe eine sehr limitede Beziehung von Patien. Okay. Okay. Um... We don't need such technical details, Valor. Suffice to say, though the vessel containing the god president was meant to be everlasting, that has proven false. And a new vessel is required. Ronny has announced his preference for the vessel to be human. Okay. The preparations have kept us busy enough. Your assistance is a convenience that we are willing to pay for. Nothing more. Now, I serve at the pleasure of a god, Rangers. And I don't have time for this non-committal dithering. Are you going to help us or not? Ähm, jo, machen wir halt. Agreed. But only after Valor helps us transfer god president Reagan into a new body. That's right. They can't do this without me. Yes, dear. Now keep working. Meanwhile, our home is at your disposal. I'll tell the sisters you can come and go as you please. Das ist schon wohl gut. Make America proud, Rangers. Okay, so. Was haben wir hier noch? Behälter? Keep an Mechaniker. Ähm, ja, gucken wir mal, was das doch fein ist. Was der denn? So, du bist die Rangers! Ich höre, dass du den Marshalern gezeigt hast, wie es fertig ist. Oh man. Okay. 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 Okay, er ist von sich selbst überzeugt. Okay. Okay. So, wir machen was jetzt bei ihm. Halle. Äh, wir schleimen uns mal ein bisschen. Oh! 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 Okay. Oh! 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 Oh, Go! Oh! Okay, hat der Sicherheitsschlüssel in seiner Stuverleihe. Na super. Die sind alle Idioten. Sie finden, die sind das Zentrum der Zivilisation. Ja, das bist ganz klar du, oder? Oh, nicht ohne Metall sind sie nicht. Mal sehen, wie zivilisiert sie sind, ein paar Monate nachdem. Oh, das ist eine Verabschiedung. Die Infrastruktur hier ist gut für Pumping Öl und Powering the Defense Systems, aber wir versuchen in die nächste ERA in Human-to-God Interfaces zu machen. Das ist die Systeme zu den Grenzen. Wenn ich nur ein bisschen mehr Kraft habe, könnten wir Super-Charge Regan-Statue, und immer noch genug Wasser für den Transfer-Prozess. Okay. Die Upgrade brauchen keine Genie, wie ich. Oh Gott. Oh Gott. Ja? 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 Ja, das sind noch zwei andere. Stimmt doch, könnte man ja... ...einen besseren Regen bauen. Okay. Okay. Was ist das? Ja? 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ein... Dürfen wir das. Alliance Manifest, bisschen Munition. Dürfen wir. Aber so sind wir. Keine Ahnung, lieben Sie. Wir befinden uns durch die Vestigen des Schmerzes des Schmerzes. Sie haben unsere große Nation in eine Irradiated Graveyard gegründet. Und sie erwarten uns zu weep. Aber wir sind Steele, Schwestern. Wir schreien nicht, oder wir schreien. Wir schreien. Wir schreien sie uns. Wir sind die Vibes eines Gottes-Präsidenten. Und wir schreien uns, bis er zurück zu uns. Bis dahin, seine Großarbeit liegt vor uns. Unfinished. Wir schreien unsere Sons und unsere Däuner. Und sie lernen sie zu schrauben communisten. Und snake-tongued Socialisten. Von der birth, wir schreien unsere Kinder's hearts zu unverlässig stone. Mit unserer Wunschung, sie zurückkommen zur Welt. Eine Bedeutung. Wir schreien das in der Gippur's Name. Amen. Uh. Okay. Die sind ziemlich durch. Aber so ziemlich. Ähm. Ähm. So. War da noch irgendwas? Einen besseren? Ach, das ist Sekundär-Mission. Das könne Mario. Laserturm. Hm. Tja. Das könnte man direkt machen. hoffentlich. Das müsste man immer in den Computer Terminals machen. Ähm. Allerdings würde ich mich erst jetzt noch ein bisschen umgucken wolle. mal eventuell. Das ist so ein Ding, wo man das machen könne. Ähm. Wir gucken uns jetzt erst mal noch aus. So umdohin ging es hier noch weiter. Und. Genau. Ganz hier momentan gut mit denen. Ich weiß es halt noch nicht. Ähm. Was das jetzt halt für Auswirkungen hat, wenn wir das direkt machen. Vielleicht könnte unsere Sabotage später noch irgendwie nützlich sind. Okay. Diesen. Wow. Okay. Hm. Oh. Komm. Geschützt. Ne. Moment. Ist das auch noch aus Müll. Was war zuvor? Hallo? Ich will, dass ich es höre. Ähm. Kann man das nicht irgendwo? Archiv vielleicht? Kassetten. Ja. Wo ist der? Ähm. Kassetten. Ja. Wo ist der? Wo ist der jetzt? War mal. Was war das nochmal? Kinder des Kohls? Nee. 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 Keine Ahnung. Ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so wichtig. Ähm. Wieso erkenne ich hier die Falle nicht? Ähm. Ich glaube, mir gehen sie ja schon bei der Doktor, dass dort hier sind. Ah. Ah. Unglaublich. Ja. Stirb keiner. Wenn du schneller gehst. Ja. 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 Unglaublich. Unglaublich. Und ich gucke, wer hier meine Falle hat. Die Aufmerksamkeit, damit er es erkennen kann. Das ist hier furchtbar. Ja. Du bist noch nie tot. Also das ist etwas. Natürlich. Aber das ist nicht eine Charite. Halt noch. Hei, 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 hei. Aufmerksamkeit. So. Wir gehen da nochmal drinnen hin. Und dann werden wir kurz an der Star aufgestellt. Da muss ich nochmal gucken, wenn ich mal hier voran schicke. Weil die haben alles vermint, die Säcke. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Wir hatten hier... Achtsamkeit. Das ist es doch, oder? Deine Umgebung wahrzunehmen. Das müsste es eigentlich... Das müsste es eigentlich sind. Abzuschalten. Versteckte Objekte zu... Ja, ich glaube sie hier. Machst du was. Lass wir nicht hier hingehen. So, nö. Und... Okay. Ich gedacht mir hätte... Das ist nicht gut, oder? Warte mal. Was ist denn das die Falle? Warum, ich hole mal ihn hier. Er ist relativ hart im Nämme. Offensichtlich können wir hier durch. Oh, oh. Ein Eisblock. Was mag da wohl drin sind? Warte mal. Kann man hier, kann man das Ding eigentlich kaputt schlauen? Das war eine... Ne, immun. Ähm... Tja. So. Irgendjemand mit ihrer Flammewerfer-Fähigkeit haben wir, glaube ich, nicht, oder? Ja, ein Flammewerfer, glaube ich, dabei. Schwere Waffen. Vier. Das hat keiner. Das ist der Hage an der Sache. Ach... Ne, hat keine Ahnung. Okay, hier unten ist ziemlich alles. Erstmal Stuhl hier. Und das ist gut. Dann kann ich das für mich lösen. Stumfe Waffe. Das ist gut. So, wie sie doch ein bisschen vorsichtig sind. Das ist ein Eisblock. Okay. Okay. But I'm here. Throw away our gold with thy mighty winds. Gods of the endless sky, except these holy offerings make it to rain gently upon us. But battle our enemies with hail. Strike down those who stand against us with thy divine lightning. Oh ja, was kommt danach? Kühlkörper. Was kommt danach? Na gut. Was kommt danach? Hä? Hallo? Offensichtlich funktioniert das halt okay nicht. Ähm... Post-Apokalypse ist nichts für die Schwachen. Straßenschildspalter Klingelwaffe. Das ist nicht so toll, aber immerhin. Versteckte Tür. Oh Gott, accept this harvest and the spirit it is given. Make it to rain gently. Ach guck mal, was sind wir da hier? So, irgendwas hat sich hierbei grad bewegt. Oh. Katze. Dann würde ich sagen, machen wir heute mal eine kurze Folge. Man muss hier nicht immer übertreiben. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch so finden. Bis zum nächsten Mal dann. Bye, bye.